Servus meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich zeige euch mal ein paar Bilder von der Wohnungsübergabe, die uns so übergeben wurde. Das ist unsere Wohnung und hier haben vorher Personen gelebt, die eigentlich in einem Beruf arbeiten, in dem Hygiene kein Fremdwort sein sollte. Und die Person kommt auch von Leuten, die eigentlich Hygiene großschreiben sollten. Und so wurde uns das jetzt übergeben. Das ist jetzt die Küche, also es ist einfach nur total verdreckt, versifft. Es ist nicht sauber gemacht. Hier zum Beispiel der Boden, im Esszimmer, einfach überall. Alles vor der Flecken und Schimmeln. Es wurde nie wirklich gelüftet. Die Sanitäranlagen sind nicht gereinigt worden, nicht entkalkt worden, nichts. Das ist die Klobürste. Es wird nicht besser, hier kommt dann das Klo. Also ich frage mich einfach, wie man so leben kann. Hier sind noch Spuren vom Hund, es wurde nie wirklich gestaubsaugt. Wir haben denen so viele Sachen zur Verfügung gestellt. Gartengeräte, Rasenmäher, das ist unsere Waschmaschine, die so genutzt wurde. Also ich frage mich einfach, wie man so hausen kann und dass man sich nicht schämt.